Hey, you're welcome. You're daddy. You're welcome, titty. Bewerbungsgespräch, extrem verkackt. Ich hab's doch gesagt, die Faden gehen nicht ab. Das war echt gemein, doch ich reg mich nicht ab. Entschuldigung, das war gemein. Lass uns doch bitte wieder Freunde sein. Nehmt einen Schluck von dem guten Wein und schlafen. Ihr Schweine habt mich wieder angefallt. Und das schon zum zweiten Mal. Ich bin keine Leinwand, keine Leinwand. Ich bin keine Leinwand und ihr nicht Picasso. No, 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 no. Was soll der Scheiß, Bro? Schon wieder ending, schon wieder ending. No, 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 no. No, 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 no. Wieso steht da kleiner Weinling über meinem Ding? Wieso schlaf ich nur immer so schnell ab? Ich glaub, ich lass das Trinken lieber sein. Denen wird doch Rauch nichts Besseres sein. Auf der Backenkog, auf der Brust ne Maus. Ganz ehrlich, Leute, da bist du's raus. Dreh dich mal um, dann sieht's schon anders aus. Ihr Schweine habt mich wieder angefallt. Und das schon zum zweiten Mal. Ich bin keine Leinwand, keine Leinwand. Ich bin keine Leinwand. Und ihr nicht Picasso. No, 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 no. Was soll der Scheiß, Bro? Schon wieder ending, schon wieder ending. No, 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 no. No, 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 no. Wieso steht da kleiner Weinling über meinem Ding? Das war zu viel. Nichts geht mehr weg. Bald schläfst auch du. Dann gibt's Payback. Ich tätowier dir jetzt ein Oscar-Fight. Hör doch auf mit dem Gessrei. Ich bin jetzt im Rage-Mode. Bin im Rage-Mode. Ich bin jetzt im Rage-Mode. Oh, das sieht dir gut. No, 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 no. Was soll der Scheiß, Bro? Das sieht so süß aus. Das sieht so süß aus. No, 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 no. No, 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 no. So kann ich nicht raus. Das sieht doch scheiße aus. Okay, guys, here we go. We are doing the Motorcycle Name Challenge with Julia Nudorfer. Okay, I'm gonna say the name and you pronounce it in German. Which name? Yamaha. Yamaha. Okay, Suzuki. Suzuki? Yep. KTM. KTM? Uh, what else is there? Did I say Honda? 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 Okay, KTM 200. KTM 200? Ja. 200. 200. 200. Uh, say Booster. Booster? Yeah, say Booster. YZ250. YZ250. Yeah, but auf Deutsch. So it'd be... Is it a type? Yeah, so it'd be what? YZ250? 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 Yeah, but auf Deutsch. So it'd be... Is it a type? Yes, very good. Still good. Yeah. Yeah. Vielen Dank.